Ich würde sagen, dass wir die ganze Zeit vom Orbit entfernen und die ganze Zeit entfernen. Das ist der einzige Weg, um sicher zu sein. Oder wie wir das letzte Level am besten schaffen. Wir haben gerade festgestellt, dass wir eigentlich nichts verändert haben. Also zwischendurch schon, aber... SK hat jetzt ein Präzisionsgewehr. Oh ja, richtig, stimmt. Gegen die Artillerie-Viecher. Und ich habe eure Nalina gepackt. Stimmt. So wie es dir wird. Nichts verändert. Und hat SK nicht auch ein paar Schwarmraketen dabei? Schwarmraketen? Wenn der ganze Bildschirm wimmelt, dann starte ich sie. Genau. Okay. Na, wir kommen raus! Das ist klar, ja, dann... Zum Glück von unseren Spielern. Ich mach mal ready. Scheiße, sie haben... Sie wissen, wie es mir durchgehend geht. Good luck and fun. Auf geht's. So, wer bin ich da? So, wer bin ich da? Skar haut erstmal seine Munitionspakete raus, damit er den Laser mitnehmen kann. Ich muss ja eins sagen, dass diese Spiegelung hier in der Wasserpfütze ist schon ganz cool. Ja. Boah. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Echte authentische Spiegelung. Regel Nummer eins. Zusammenbleiben. Ich weiß nicht, wo ihr bleibt. Nur weil du die dicke Wumme hast, musst du nicht... Doch, genau deswegen, was ist denn? Das ist die Begründung. Und nachher heißt es wieder ein Nini, ich hab keine Munition mehr. Nee, hast du wieso? Oh, wir haben so viel Munition, das ist alles total cool. Und die Zorn haben wir mehr als genug eigentlich. Also wir haben echt Munition angepackt. All right, there's the bomb. Ja, das ist schön. Wenn auch nix anderes, so haben wir doch Munition. Reicht ja auch. Ja. Geht's zu unten? Bei mir geht's zu. Smiley Bombe geht's klar. Die alte Faustregel ist ja, wenn du die Wahl hast zwischen Hells und Munition. Ne, Munition. Genau. Siehst du auf eine Alien, auf eine Alien- oder Necromorfer-Invasion sind wir vorbereitet. Genau. Ja, ja, ich komm nicht mehr. Völlig wurscht, was in der Anwalt ist. Munition ist wichtiger. Hinter? Nachladen. Ne, doch. Ich lade jetzt schon mal nach. Dass man leben muss, um eine Waffe zu bedienen, das ist ja überhaupt gar nicht wichtig. Außerdem, was bringt es einem Leben zu leben, wenn man... Ach, der hat sich teleportiert, dieses Vieh gerade. Oh, jetzt fall' ich tot um. Alter, ich bin gleich verwirrt, ey, die ganze Zeit. Also, entweder teleportiere ich mich auch immer ein bisschen, oder drückt ihr mich irgendwie immer zur Seite. Vielleicht sind's auch Lags. Hinten kommt ein Viech. Wow. Aber Leo hat es im Griff. Hingehen, es geht weiter. Sehr gut. So wie damals im Kindergarten. Im Waldorf-Kindergarten. Lass mal wieder herunter. Wir verhandeln nicht mit Aliens. Naja, hab's ja alle, hab's ja alle. Ich hab nur ein bisschen Damage genommen. Äh. So. Ja, guck, dann lohnt sie doch hier. Guck mal. Ich hab da neun Stück von. Äh, von daher. Geil, geil, ey, neun Stück, yo. Heil. Heil, heile, gänziert. Äh, habt ihr alle? Ja. Ja, gut. Ja. Alle voll. Bam, heilt aber auch echt voll hoch. Jetzt hab ich meinen Railgun benutzt. Toll. Ja, der Schuss wird uns später fehlen. Ja, der Schuss. Das ist der eine Schuss. Ich geh dann wieder unten lang, ne? Mhm. Hättest du mir noch die Railgun gehabt. Ich geh halt wieder nach hinten, alles frei. Ja. Gut, dann bleib ich mal hier unten. Ich muss halt immer auf Entfernung schießen, das ist das Problem. Geh mal weg, du rufst dich da. Ich kann sagen. Okay, alles weg. Geh mal weg, du rufst dich, du rufst dich, du rufst dich. Ich stelle mich wieder da hin, damit, weil die gleich, ich weiß nicht, sind ja keine Face, doch da ist ein Facehugger auch dabei. Ja. Also du mit der, mit der dicken Wummel solltest da, genau. Äh, ich hab mich verklickt. Fast Hack. Ich bin wild, toll. Lass uns, lass uns, lass uns, lass uns neu starten. Ja, genau. Jetzt wird's nichts mehr. Oh, fall um da hinten. Leo? Ja, bin durch. So. Nein! Jetzt trennt mich nicht mal mehr, diese stationären Eier da. Ja, der Schock über die 50X, ne? Ich halte fest die Sache. Äh, Munition bei allen gut, okay. Ähm, ich lauf hoch, mach das an, lauf wieder runter, ne? Ja. Wir weichen nicht aus, ne? Ich komm kurz mit. Safety first mäßig. Uah. Okay. Okay. Äh. Irgendwas hat mich grad geschubst. Aua. So, jetzt kommen diese Artillerie-Viecher. Ja. Ja, dann guck ich mal ganz kurz hier rüber. Ja, warte, da sind Swarm-Aggs auch irgendwo. Also jedenfalls haben wir hier Swarms getötet. Vorsicht. Kann ich das Ding überhaupt treffen? Ja, also ich kann's anvisieren. Skar, du bist... Okay, alles gut, alles gut. Vorsicht, weg, weg, weg. Ja, wir brauchen ja einen Moment, bis wir explodieren. Wo müssen wir denn... Au. Da hoch jetzt hier. Jetzt, genau. Okay, jetzt hoch. Hoch. Da kommen auf jeden Fall Facehugger. Ja. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weg, 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 weg. Ich halte hinten frei. Ja. Mhm. Ich muss gleich nachladen, deswegen gehe ich so vorsichtig, weil ich nicht so viel Munition mehr habe. Wer ist denn mit einem Munitionsplaket? Anni, du hast noch. Okay. Sag mich halt, wenn ihr es braucht. Ich will nur gerade hier keine Munition verschwenden, deswegen... Okay. Ah. Rasta. Alles gut? Okay. Ah ja, alles gut. Oh ja. Tactical. So. Ah. Kotze. Ah, ah, ah. Hilfe. Bleib hier, bleib hier. Okay. Stand direkt drin in diesem Vieh. Mhm. So, weiter geht's. Das ist gut. Ja. Und da gehe ich nach hinten. Ach, da sind ja wieder Facehugger. Aua. Vorsicht. Genau. Und auf der oben links auch noch. So, Bergbau-Laser-Mensch. Ja, ich habe einen. Da eben ging's ja los, ähm, als ich hier anfing. Also, seid ihr bereit? Warte, warte, warte. Rock'n'Roll. Also, meine Munition ist alle. Ich nehm mir auch noch einen Bergbau-Laser. Sagt Bescheid, wenn ihr Muni haben wollt. Ja. Ja. Also, du brauchst ein ganzes Paket, Mr. Kartoffi, ne? Ne, ne, ich hab schon, ich hab schon, ich hab grad mein Paket weggepackt, deswegen. Also, ich hab jetzt volle Munition und hab jetzt einen Bergbau-Laser. Da freu ich mich. Gut. Okay. Ja. Weiter geht, ja, wait. CC Senorita. Ich geh noch hin, da kommen sie. Ja, stell dich nicht um und krieg vor mich. Äh, die Viecher kommen oben demnächst durch die Tür. Okay. So. Äh, der Bergbau-Laser, äh, braucht übrigens Munition, ne? Okay. Seh ich jetzt erst. Ich hab vorher nie aufgefallen. Weil ich nie drauf geachtet hab. Komm oben gleich durch. Ja. Ich steh hier und warte die ganze Zeit drauf. Ich packe hier nochmal ein Heildings hin. Wer sich heilen will, gehe in dieses Feld, bitte. Ja, die da unten ist mir mal ganz kurz dieses. Achso, hast du den getötet? Sehr gut. Link von unten. Oh, dieses Vieh hier. Geh weg. Au. Großer. Oh, oh. Wow, wow. Links ist auch noch ein Käfer. Ah, äh, Dings von links, von links, kleine Bugs, äh, Teile. Ähm, ihr wisst schon, Käfer. Ja, aber keine Face-Lager zum Glück, weil ich wurde getroffen. Ja, aber diese Mini-Käfer, der, 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 der Typ spuckt die aus. Oh ja, hier, die ganze... Ich mach Granaten-Action. So, auf der S noch einer. Boah, der Diva ist gut. Der Diva ist gut. Oh. Ja, okay. Oh Gott. Ähm, ich schmeiß, bei, beim nächsten Engagement schmeiß ich mal so'n, äh, Heil-Kid auf den Boden. Oh, ja, 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 ja. Okay, ich schmeiß hier nen Heil-Kid hin. Ja. Windigkeit der Munition. Sehr gut, was für dich. Halleluja, was für ne geile Scheiße. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt? Ne. Wahrscheinlich nicht. Ist das eigentlich ein Frevel so? Halleluja, was für ne geile Scheiße. Ach, weißt du, wir leben im 21. Jahrhundert. Hier im 23. oder so. Ist da unten was? Ne. Okay, okay. Wow. Scheiße. Oh Gott, noch ein großer. Ähm, ja. Und kleine dahinter. Au. Was ist das? Ah, ich bin... Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist super. Jetzt Leo mit der Shotgun von hinten, genau. Oh, ich bin ganz kurz in die Muddy ist hier hinten. Oh, die Ecke. Der Ecke hält mich fest. Da komm, ja, komm, ja. Fuck, 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 fuck. Ich kalte den, in dieser Katastrophe, oder... ...kann das Ding. Yeah, weg, Herr. Oh, das war knapp. Oh, wow. Wuhu. Ja, dann war... Schön, schön. Ähm, kann mal jemand... Munition könnte man vielleicht gerade hinlegen, weil jetzt ist gerade ruhig. Hier ist so ein Ding. Na, ich weiß nicht, weil Leo hat ja auch nicht mehr so viel, deswegen... Die Überlegung. Ja, ja, da ist noch. Ja, dann nehme ich die. Der Mining Laser bleibt zurück, okay. Ich hab noch einen. Ich hab auch einen. Ach so, ja gut. Nicht, nicht hier ohne Bergbau Laser. Haben sie uns damals in der Akademie beigebracht. Das ist ein Bergbau Laser, schaut euch das mal. Sehr gut. Ehen so, da ist irgendwas richtig viel. Swarm X, Vorsicht. Ich, ja, guck nach hinten. Ich glaub, wir müssen was... Oh ja, Facehugger oben. Vorsicht, die kommen. Okay, sie sind tot. Okay. Hier, ich hab Munition hingelegt. Hier gibt's Mun. Rechts. Okay. Äh, wir müssen hier oben und dann hoch. Ist das richtig? Hier hoch? Die gute Ahnung. Mal gucken wir mal. Vorsicht. Oder O-Mix. Swarm X, Vorsicht. Irgendwo sind Swarm X, ich hab sie gehört. Ja, hier kann man. Echt? Unten, unten sind zwei. Einfach weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Nee, äh, okay. Ach, Moment, aah. Okay. Stell dich nicht immer vor mich. Du siehst doch den großen roten Strahl. Go, go, go. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, wow, wow. Äh, Facehugger oben. Tot. Kannst du da irgendwie eine Granate reinwerfen? Achso, okay. Jetzt sind sie eh kaputt. Jetzt sind sie alle kaputt. Hier gibt's Weifel. Sehr gut. Das ist super. Jetzt ist nämlich auch... Oh, die ganze Infestation brennt hier hinten hinter uns. Schön. Ähm, da läuft schon irgendwo eine Zeit ab. Ja. Hier ist eine Bombe. Das ist die und hier. Das sitzt nicht bestimmt. Ähm, okay, braucht irgendwer noch Munition. Immer her. Weil hier ist alles voll. Hier liegt auch noch welche. Zwei volle Pakete. Ich glaube, das ist nicht ohne Grund liegt das hier. Ja, ich glaube auch. Ich muss ein dickes Ding hier gleich hacken. Ähm. Also ich hab noch sechs Health Kits. Ähm, ich heile mich einfach mit einem von denen. Ich hab mir auch mal eins gleich genommen davon. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger. Ey, geil. Ich hab noch zwei Schuss Adrenalin in der Birne. Uh. Das ist doch gut. Nehme ich noch eins. Das hau ich gleich rein dann. Okay. Was liegt hier? Halt, die Stimme. Ich soll das aufheben. Ich soll das aufheben. Das ist meine Rüstung. Meine... Ihr seid bereit? Ja. Los, die Ruhe von dem Sturm. Ich deck mal nach links. Ich deck nach unten. Okay. Und ich verfiss mich in die Ecke und komm raus, wenn irgendwas ist. Genau. Nach links kann vielleicht nicht schaden, wenn da zwei stehen zur Not. Ich ruf den, wenn was passiert. Okay. Gut. Okay. Fertig. Ich glaube, wir müssen weg hier. Escape. Ja. Oh ja, die Zeit läuft. Oh. Los geht's. Ok, ok. Oh, bitte. Ganz viele. Bitte folgen. Folgen Sie mir unerfällig. Ja. Bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt sieht's gut aus. Ich glaube, wir verfolgen einfach den Weg hier. Es gibt ja so ein Pfeil da unten. Das ist ein gelber Pfeil. Da müssen wir einfach mal... Lass uns, äh, lass uns, lass uns, lass uns grundsätzlich die, äh... Ha, fuck, fuck, fuck. Ok, läuft, läuft, läuft. Lass uns grundsätzlich die Formation versuchen einzuhalten. Zwei vorne, ich in der Mitte, einer hinten. Ja. Okay. Sehr schön. Oh, God. Hilf, 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 hilf. Ja. Ich bin da. Komm. Ja. Oh, I'm impacted. Ich bin... Ja. Nein, bist du nicht. Hier ist ein... Oh, scheiße. Ich bin auch... Ich lieg hier in der Heilkitt hin. Hey, hey. Und gleich noch eins. Oh, scheiße. Ich muss mich selbst heil... Ich noch eins. Ich noch eins. Kann ich nicht, ich muss mich selbst heilen. Ich kümmere mich um das Vieh da oben. Ich lieg noch eins hin. Ja. Okay. Meine Fresse. Okay. Alles gut. Alles gut. Leo, kannst du kurz die Munition nicht... Wir haben nur noch 74 Zeit, wir müssen uns beeilen. Ja. Hier, Munition liegt. Ja, danke. Äh. Okay. Super. Ja, ja, ja. Rant, Rant, ja, das Geräusch kenne ich doch. Bist du sicher, dass wir hier sicher sind? Hier müssen wir lagen. Bitte folgen Sie mir. Oh, ja. Okay, komm mal. Ja, lauf, 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 lauf. Okay. Ich bin schneller als du. Lalalala. Ach, scheiße. Oh, ein dicker. Wollen wir durchrushen? Durchwaschen, bitte. Ja. Oh, nee, das wird nix, das wird nix. Ja, mich auch. Ich, äh. Das wird nix. Ich hab nix mehr. Entschuldigung, aber... Kein Problem, ich werfe Granate. Nein, ich bin tot. Oder nee, SK ist tot. Entschuldigung. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, wir können es schaffen. So, jetzt nur noch durchhalten. Durchhalten, hier ist ein Heilfeld. Entschuldigung, aber... Ja, ja. Ich lege noch eins hin. Oh Gott, 10 Sekunden, was? Oh mein Gott. Rein, rauf. Oh mein Gott, auf das Ding, rauf. Oh, geschafft. Ah, Brunkerfain. Jawohl, supergeil. Wir sind so ultra gestört. Krass. Oh Gott. IAF Minigun. Nee, danke, boah. Sehr schön. Entspannt ist was anderes. Das war völlig abgedreht, aber total geil. Sehr abgedreht. 89 Abschüsse, jawohl. 69 Freundbeschuss, hä? Nee, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, mehr Feindesabschüsse wie Freundesabschüsse. Ja. Schade, dass SK so kurz vorm Schluss noch gefallen ist. Ja. Mr. Katafi hat zum Schluss ganz schön viel Friendly Fire gemacht. Ja, ja. Friendly Fire? Ich habe ein Badge bekommen hier. Complete Emission with no Friendly Fire Incidents. Ooh. Short Controlled Bursts. Ja, Mr. Katafi hat mehr Freundesbeschüsse. Was? Das kann doch nicht sein. Das stimmt. Doch, das stimmt. Du hast in den letzten geschätzten zwei Sekunden... Du hast auch erheblich mehr Abschüsse wie ich gerade. Das ist echt cool. Cool. Finde ich cool. Kills? Oh ja, Kills hätte... Ja, doch. Genießen Sie den Kryoschlaf, so lange Sie können. Und dann steht hier. Genau. Dann würde ich auch sagen, tun wir das. Und ihr Zuschauer tut das bitte auch. Genießt euren Kryoschlaf, so lange ihr könnt. Ja. Ja. Ihr Kommandeure da draußen. Ja. Absolut. Jetzt wird das Game mega ultra geil. Auf jeden Fall. Falls irgendwer Bock hat, das mal mit uns zu spielen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, wir werden das nochmal das ein oder andere Mal machen. Es gibt ja auch einiges an User-Generated-Content, also an User-Generated-Missions, weil das ist ja die einzige offizielle Mission. Ja, das stimmt. Aber da gibt es einiges an User-Generated-Krams. Höre ich nicht zum Ersten, aber vielleicht zum Zweiten Mal. Das heißt, ja, da könnten wir uns demnächst auch nochmal heransetzen. Genau, wir können ja mal gucken. Super cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hoffentlich hat's gefallen. Ja. Ja, uns hat's gefallen. Ja. Irre. Ja, auch wenn ich wieder mich opfern musste, damit die restliche Gruppe überlebt. Ja, das stimmt, das stimmt, das geht einfach. Nächstes Mal läuft es anders. In Gedenken an SK. In Memoriam. Genau. Ciao, ciao. 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 Ciao.